Upsi. Kapitel 6. Another aktivieren. This must be Dad's lab. Es ist so Zero Escape, ne? Aber wo ist Dad? Ashley, was ist all das? Kann es sein, dass du das gleiche schreiben wolltest, Dominik? Und dann nur das Ja dran gehangen hast, weil du schon im Tippen warst und ich es gerade gesagt habe? Kann es sein? Yep, okay. Sieht wirklich Zero Escape aus. Gut, gut, schön, dass wir aber der gleichen Meinung sind. I don't know, my dad's stuff, I guess. What's the matter? I'm just getting so frustrated. Where's Dad already? We looked all over the place. Whatever, forget it. Let's just find something to get those cuffs off Jessica ourselves. And then the two of us will get off this island. Irgendwas zum löten. Yeah. Aber also so ein Lötkolben, kann man doch auch, oder? What? What did you say? Ähm, when? Hallo? Just now. You said you're going to leave without even seeing your dad again. Ja, und? Hörst du mir nicht zu, oder was? Well, I just... I mean, he... You told Jessica you'd find him. That you'd give him a chance. Ja, das war doch nur so gesagt. It's not that easy, Dee. I'm... I'm scared. I'm scared to meet him, to talk to him about Mom. It'll be okay. Even though facing the truth can be hard, in the end, it's always for the best. Weiß ich jetzt nicht. Dad? Dad! Can you hear me? Daddy? Da ist jetzt Daddy. Da ist jetzt Daddy. Da ist Daddy! Daddy! It came from the other side of the door. Is someone in there? What's this? Makes okay. That voice. Someone's in there. Hello? Are you there? Oh Gott, Daddy hat die Art von Jacke an. Please, answer me. If I could just... hear your voice. Hmm. Are you... Are you my... Ashley? Is it you? Say something. Who is that? Who are you? How do you know my name? It is you. I knew it. Ashley. It really is you. I asked you a question. Who are you? My name is... Richard. I'm Richard Robbins. I'm your father. Do-do-do-do-do. Was? Hä? Nein, nein, nein. Wir kennen unseren Vater, doch. Please, I just want to hear your voice again. Entschuldigung. What are you thinking? I just need to figure out what's really going on. So I'm gonna open this door. Wir haben zwei Daddys. Stimmt. Unsere Mutter ist tot, da können wir auch zwei Daddys haben. Eine Metalltür. Papa? I don't see a way to open it. Nope. No good. Doppeltaschengeld. Ja, und zweimal Weihnachten feiern, zweimal Geburtstag feiern, das heißt doppelt Geschenke jeweils. Hey! Why won't this door open? Oh, um... It's an automatic door. I had figured that much out, but thanks. I can't figure out how to open it. Is it locked? Typischer Daddy. Not exactly. What do you mean? The door isn't receiving any power. Hm. Ich geb dir gleich Power, Daddy, wenn du nicht ein bisschen hilfreicher wirst, ja? Der andere ist ein echt schöner Mann, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. I'm telling you the truth. It can't open like this. Hm. Ashley, please trust me. Hm. Wo kommt der Strom her? Aus der Steckdose. Vielleicht von hier? Ashley muss lernen, Türen zu öffnen. Ah. Da drin ist eine Abdeckung. Sie ist mit einer Schraube befestigt. Ich schätze, ich werde sie erstmal nicht aufbekommen. Das geht mit einem Fingernagel. What's this? Was ist das? Sieht aus wie ein Gerät aus einem Sci-Fi-Film, an dem noch gearbeitet wird. Fußnägel. Erstmal abknabbern. Meine vier Regeln. Okay. Besser als meine vier Regel. Blutungen. Die würde ich ungern scannen. In dem Labor, in dem ich arbeitete, gab es viele Forscher wie Sayoko und Bill. Wenn ich bei meinen Forschungen nicht weiterkam oder Schwierigkeiten hatte, eine Hypothese zu präzisieren, bat ich einen der anderen Forscher am Hilfe oder erlaubte mir eine nicht arbeitsrelevante Konversation. Dadurch geschah es oft, dass ich der Knoten in meinen Gedanken löste und ich weitermachen konnte. Aber in meiner momentanen Forschungsumgebung geht das nicht so leicht. Also habe ich mir die vier Regeln aufgeschrieben, über die ich immer mit Sayoko gesprochen habe und wiederhole sie für mich, wenn ich Hilfe brauche. Bleibe nicht bei nur einem Gedanken. Entwickle weiter neue Hypothesen. Versuche deine eigenen Hypothesen aus verschiedenen Blickwinkeln selbst zu widerlegen. Nimm niemals an, dass etwas unmöglich ist. Eine Erfolgschance von 1% ist immer noch eine Erfolgschance. Niemals aufgeben. Wenn ich mal nicht weiter weiß, wiederhole ich diese vier Regeln. Sie repräsentieren die Leidenschaft, die Sayoko und ich für unsere Forschung hatten. What's this? Regel, ich hab recht. Steckt der Karton voller Wissenschaftskram? Oder was ich sage, ist gesetzt. Das ist eine gute Regel. Äh, kam ich hierher? Ja, okay. This is. Adressiert an Richard Robbins. Die ist für Papa. Laut Beschriftung ist das ein Präzisionsinstrument. Was da wohl drin ist? Ein Präzisionsinstrument, würde ich sagen. Aber könnte auch, also, Bullshit sein. Ein Teil einer Maschine, dessen Innenleben zu sehen ist. Hat Papa das geschrieben? Ich verstehe nicht, was da steht. Oh, nee. So viele Akten, gehören die alle zur selben Forschung? Aber da sind, also, drei, die sehr herausstechen. Naja, gut. Das Regal ist voller Blaupausen, Aufsätze und andere Akten. Hab ich schnell durchgeguckt. Hier ist was offen. Ist das Papas Spind? Vielleicht kann ich mal einen Blick hineinwerfen. Nein, lieber nicht. So ein Spind ist etwas Privates. Okay, ich buddel in Nachttischen rum. Aber ein Spind, da hört's auf. Ich glaub, die spinnt. Und die Schreibtischschubladen nicht zu vergessen, ne? Ein Bild von Mama, Papa, Jessica und wer ist das? Hä, guck doch auf die Namensschilder! Guck doch auf die Namensschilder! Aber man muss schon zugeben, also der Bild, der ist, also, ich meine, natürlich, ich meine, eigentlich hat er die nicht, der Lügner, der da im Raum sitzt, ist schon ein echt schöner Mann. Der Schreibtisch ist mit jeder Menge Zeug bedeckt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Warum hat der ein Schraubenzieher in der Tasse? Ah! Hat das jemand getrunken? Oh, Kaffee, oh Schraubenzieher. Wer kennt's nicht? Was ist in dem Becher? Was? Das ist dein Schraubenzieher? I can't believe it. Bäh, konnte er seinen Kaffee nicht mit was anderem... Oh mein Gott, wirklich? Nimm den Finger! Kreuz, Schlitz, Schraubenzieher. Natürlich ein Schraubendreher, natürlich, also, die triggern einen so, ne? Also Schraubenzieher, das zu nennen, oh mein Gott. Berteilerkasten. Hm? Das sind verschiedene Geräte miteinander verbunden. Patentierter Kaffeedreher. Hm? Scheibenbar. Damit sollte ich ihn öffnen können. Yes! Sehr gut, die Klappe ist offen. Können wir sie wieder zumachen? Ashley. Da ist was drin. Auf der Abdeckung liegt ein Objekt. Was ist das? Oranger Sicherheitsschlüssel. Brauche ich? Das ist das Bedienfeld. Ich will hier nichts durcheinander bringen. Vielleicht sollte ich diese Person um Hilfe bitten. Diese Person. Falscher, Daddy. Okay. So. Did you get it open? Yeah. Good. Way to go. Now you've just got to figure out the switches. Some of them may be locked. You'll need keys to release them. More keys? Yes. Security keys. Like the orange one that was behind the cover? Just one? The rest must have been moved. Well, that's the security key all right, but... You need two more. There are three in total and each one is a different color. Got it. I'll look around for them. Wo war das Klavier? Das hatte genug keys. Hast du recht, ja? Ist mir Tietamann gezeugt bedeckt? Jetzt guck doch mal die Namensschilder an. Die nervt. Hä? Die Tür reagiert nicht. Die Frage ist, kann oben einer sein? Ja, oder? In der Tasche. Der Laborkittel ist verknittert und etwas schmutzig. Wann er wohl das letzte Mal gewaschen wurde? Komm. Jetzt mach doch auf. Ich stelle mir gerade vor, wie Papa, wie ein Lehrer etwas an die Tafel schreibt. Eine lustige Vorstellung. Doch, und das war das Erste, was ich machen wollte. Dann hab ich gesehen, dass der Kittel ja da hängt. Und dann war mir klar, dass da der Schlüssel drin sein muss. Toll! Ja, das hab ich vorhin schon gesehen. Mach auf da jetzt. Hab ich gesagt, die steht offen. Hm, hab ich nämlich gesehen. Das gibt's bestimmt im Garten. Nee, da gibt's nur Sprinkler. Mann. So. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Das kann ja nicht benutzt werden. Okay, ich rede mit ihm. Ich hab alle die Sicherheitskarten gefunden. Good job. Ich wusste, du würden. Jetzt fahr ich sie ins Kontrollplanet, um die Tafeln zu unlocken. Ich habe du aber auch nie wirklich gespielt. Das war an der Uni mal. Achso, ich muss erst dran, ne? Ich kann dieses Bedienfeld verwenden, um das andere Feld mit Strom zu versorgen. Verbinde ich halt Kreise mit Hilfe von A. Du kannst ihn mit Sicherheitsschlüsseln entsperren. Aha. Ah, als ich den Schalter gedrückt habe, haben sich die Kabel geändert, was? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Hä? Ach, hier oben! Oh! Sind das Steckplätze für die Sicherheitsschlüssel? Ja, mach halt. Achso, jetzt kann ich. Okay, alles gut. Achso, nee, nein! Nee? Hä, wieso habe ich... Hä? Warte mal, was? Okay, wartet. Ja. Ich würde den grünen gern hier rein. Ja. Ich weiß nicht... Ist das egal, welchen ich wo reinsetze? Oh. Ja, Nausetzer bitte, aber... Also, äh... Also... Enttäuschend. I guess. Okay, doch orange? Ist es doch orange? Hä? Okay, warte. Das muss... Aber dann muss es doch blau sein. Aber das geht nicht. Blau geht nicht! Hä? 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 Ist es egal, in welcher Reihenfall? Ich bin sehr verwirrt gerade. Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Aber hier fehlt... Muss ich dann doch einen anderen... Warte, sind die anders, wenn ich andere reinstecke? Okay. Muss ich alle miteinander... Nee, oder? Glaubt ihr, ich muss alle miteinander... Ich muss nicht alle miteinander, oder? Warte mal, kann ich die angucken? Nee, ist er falsch. Da wollte ich nicht hin. Den ist doch... Oh nein. Ich nehme mal den. Kriege ich damit alle irgendwie hin? Nope. Okay. Also, wenn ich alle muss... Dann muss ich natürlich... Den finden, der auch alle anz... Also, unlockt. Hatte ich den jetzt gerade schon? Warte, jetzt muss... Ich glaube, grünen hatte ich noch nicht gerade drin. Also, hatte ich davor schon, aber... Nee, es geht nicht alle. Alle geht nicht. Alle geht nicht. Ja. Also, alle geht wirklich noch gar nicht? Und zwar, weil... Egal, was ich mache... Ich kann die grünen nur hier mit verbinden. Und das macht keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Ich nehme die grünen. Das hilft mir nichts. Doch, das hilft mir was. Natürlich hilft mir das was. Nein! Fertig! Oh! Da unten sind Steckplätze. Warte, kannst du bitte raus? Gar kein Problem. Warten mal kurz. Fertig! Oh nein. Ich wollte nicht den... Danke. Nein, nicht kombinieren! Oh nein. Okay, es geht schon. Es ist gar nicht so schwer. Hier ist noch irgendwas falsch. Nee, gar nicht. Alles gut. Hä, es ist ja voll easy. Also, hätte man gewusst, dass da unten auch Dinger sind. Also, meine Güte. I'll be back. Lapp. Fehlt dir auch die Brille? Siehst du auch nichts? Ihm fehlt auch die Brille. Er sieht auch nichts. Ah, er hat sie selbst. Ja, das zweite Auge aufmachen hätte auch geholfen, das stimmt. Ashley. Du hast so viel gegründet. Aber deine Augen... sie sind das gleiche. Sie haben ein bisschen geändert. Sie haben ein bisschen geändert. Sie sind das gleiche wie sie 11 Jahre alt sind. Das ist der Mann, der in der Grave-Yard kommt in ein paar Mal. Huh? Dann, wer war... Ashley. Danke, Chet. Das war, was wir nennen. Hochstapler. Aber es war so ein schöner Mann. Aber hey, das heißt, wir sind nicht verwandt. Let's go! Dad! Ich erinnere mich. Du bist mein Vater. Das erste Mal, dass ich ihn in 11 Jahren gesehen habe. Und all ich kann denken, ist, dass er wie Schokolade riecht. Ich bin glücklich, dass ich Jessica vertraute und ging nach dem Vater zu suchen. Okay, Schokolade gegen Zigarettengeruch. Mhm. Sie hat mir gesagt, dass er in ihm glaubt. Und dass er ihn rauskommt. Was hoffen Sie, dass er zu erreichen hat? Hat ihm Bill schon Erinnerungen reingepflanzt? Das ging doch mit dem Another, oder? Oh oh. Als ob der die Mutti getötet hätte. Als ob, komm... Was ist falsch? Hm? Ähm... Hey, äh... Dad? Ich habe jemanden hier kennengelernt, als ich Jessica schaute. Jemand, der sich zu dir betrachtet. Er hat mir gesagt, er ist mein Vater. Könnte das... Bill... Warum würde er pretend sein, dass er dich? Warum würde er lieben? Komm schon, answer mir. Ich bin sorry, Ashley. Sorry für was? Du bist nicht... ... schuldig auf mich, sind Sie? Sind Sie schuldig, weil ich glaube, dass Bill warst du? Weil ich... ... er hat ihn geholfen für die andere Chäden? Bill war nach den Chäden? Ja. Er hat mich geholfen. Ich benutze die DAS, um sie alle aufzunehmen. Wait, Ashley... ... hast du... Ich... ... er hat sie zu Bill. Ich habe diese Piano-Puzzle gefunden und habe eine Schläden. Und dann bin ich Bill, der mir sagte, dass er du bist. Ich zeigte ihm die DAS, und er... ... blöden Ding... ... ... ... ... ... ... Niemand interessiert sich für uns. Jill... ... ... ... ... ... ... Und Jessica, du Trottel? Boah, ich hasse beide Daddys. Beide Kacke. Ein Schlafgutkleb, wie Träumerschöner ist. Das ist Papas Zimmer, also sollte ich hier einfach warten, oder? Ein paar zusammengeheftete Blätter Papier. Papas Forschungsbericht, Another Forschungsbericht, überarbeitete Fassung. Richard Robbins. Die folgenden Passagen, über die seit der Fertigstellung des Another möglichen Experimente der Erinnerungskontrolle nach der Another-Theorie wurden hinzugefügt. Erstens, Extraktion von Erinnerungen. Der Versuch, die Erinnerungen eines Testsubjekts zu extrahieren und im Another zu speichern, war erfolgreich. Zweitens, Ersetzen von Erinnerungen. Der Versuch, bestehende Erinnerungen vorübergehend zu entfernen und mit anderen Erinnerungen zu überschreiben, war erfolgreich. Der Gebrauch dieser Funktionen führt jedoch beim Testsubjekt gelegentlich zu starken Kopfschmerzen, sowie Halluzinationen, die durch das Verwischen der Erinnerung verursacht werden. Hmm... Mit anderen Erinnerungen zu überschreiben, das ist genau das, was passiert ist mit der Waffe und deswegen hat er auch Kopfschmerzen bekommen. Drittens, Reparieren von Erinnerungen. Derzeit wird die Funktion hinzugefügt, die vorübergehend verlorene Erinnerungen wiederherstellen kann. Der Fokus liegt hier besonders auf Sicherheit. Okay, ich kenne all diese Worte, aber ich verstehe trotzdem nichts. Ja, das lernst du auch noch. Die Matratze ist sehr hart. Schläft Papa wirklich in diesem Bett? Muss er da nicht ständig Rückenschmerzen haben? Auf dem Schreibtisch befindet sich ein Bilderrahmen. Ein Bild von Richard, Sayoko und einem Baby. Das sind meine Eltern. Dann muss das Baby... Das bist du, oder? Dein Vater muss dieses Bild ständig vor sich gehabt haben. Wahrscheinlich. Ist jetzt auch nicht so üblich, für ein Baby weiße Haare zu haben? Heute ist der 24. Februar. Oh, da fällt mir wieder ein. Morgen ist ja mein Geburtstag. Ja, wir sind eigentlich zum Feiern gekommen. Auf dem Bildschirm ist das Icon eines Dokuments zu sehen. Datum, Sayoko. Nach elf Jahren ist unser Another endlich vollendet. Gerade erinnere ich mich an deine Worte, Sayoko. Wenn die Erinnerungen wie Schmerz verursachen, verschwenden. Dein Leitbild war, unsere Technologie, die Erinnerungen kontrollieren kann, dafür zu verwenden, Leid zu lindern. Und deswegen bin ich mir sicher, dass du mir vergeben würdest, Sayoko. Dafür, das Another zu verwenden, um Ashles Erinnerungen an das, was in jener Nacht geschah, zu löschen. Ich habe Ashley einen Brief und das DAS geschickt. Von ganzem Herzen bete ich dafür, dass sie auf diese Insel kommen wird. Ich muss noch einmal mit Bill sprechen, bevor ich sie wiedersehe. Ich bin sicher, dass Bill verstehen wird, was Sayoko... Er ist Sayoko und ich mit dem Another bezweckt haben. Dad. Das ist das Tagebuch von Papa. Noch ein Zwischengeschwester. Das ist Papas Spind, was da wohl drin ist. Okay, also wir lesen das Tagebuch. Aber den Spind vorhin, das war ja privat. Na ah. Nein, ich werde nicht einfach ohne Erlaubnis an seine Sachen gehen. Aber das Tagebuch ist in Ordnung. Ey. Prioritäten. Hier steht wohl eine Tafel, um jederzeit etwas aufschreiben zu können. Es gibt Menschen, denen ihre Forschung über alles geht. Ha. Ach, der Teddy ist ja niedlich. Oh, er hat eine Karte. Ashley. Ich werde das sein Geschenk für dich von deinem Papa. Hm, ja. Nicht mal eingepackt. Da ist nur eine blöde Schleife drum. Eine Acrylbox mit einem Teddybär umwickelt mit einer Schleife. Sie ist 14. Naja, gut. Gehen wir. Dad. Papa ist immer noch nicht zurück. Und je länger er weg ist, desto größere Sorgen mache ich mir. Ich kann hier nicht einfach weiter warten. Ich muss ihn suchen gehen. Wenn er nicht wollte, dass man seit Tagebuch... Dann hätte er einen Spind gelegt. Vielleicht war es unpraktisch, denn Laptop immer... Hm? Hat er das benutzt, um die Tür zu öffnen? Sein Laptop immer mit einer Spind zu tun. Ich denke, hier wenigstens Fortnite-Skins. Ja, oder Tänze. Das ist wichtig. Ähm. Daddy? Stehst du seit Minuten? Kann ich helfen, Daddy? Es ist in Ordnung. Es wird schon wieder. Dad, warte! Ich komme mit dir. Ashley. Wo sind wir? Bild töten. Komm schon. Das ist ja total Ei. Ein Somnium. Die haben voll kopiert. Es ist ein anderes Kontrollplan. Also Ei. Da sind die Schläge. Bill startet es. Das ist sein Plan. Die PS6 vorher vier. Oh Gott. Die Fruits von deinem Forschung shall rightfully mine, Richard. Hm. He's transferring another's data to someone. To who? My guess? To no one good. He's sending the source code. Die Barra. What can we do? We'll be okay. I built in some fail-safes in case something like this happened. It stopped. Ich guckee mal. Hm. I guess that takes care of that. Hi. Now you've really gone and done it, Richard. Bill. Why you? Your plan for another is entirely antithetical to its true purpose. Ha. Antithetical, you say? Stop this foolishness. Another's memory control was developed to help people. People with real trauma, people who suffered in accidents or in war. You used to understand this. It's why you helped create it in the first place. Oh, Richard. I am sick and tired of your St. Richard, holier than thou act. Bill. You just don't grasp another's full potential. What do you mean? You've invented a revolution. This machine rewrites memories. People the world over would pay hand over fist for such a thing. Another can make us both rich beyond our wildest dreams. No. That's not what it's for. Another is the fruit of Sayoka's research. And you would reduce it to a cash grab? So, you know exactly how she intended another to be used, do you? What gives you the right to speak on Sayoko's behalf? Dad? My head... Feels like it's going to split. Something the matter? Bill. Another is... It's... My dad created another. We're not letting you have it! You're nothing but a liar. Everyone lies, Ashley. Even your dad here. You haven't lied to me. Have you? What's the matter? Are you okay? Marmorstein und Eisenbricht. Nur mein Hilf. Wo kam es nicht? Gott. Tani. Wo kommt es her? Ashley. I... You're wrong. My dad wouldn't lie to me. He may have been gone most of my life, but he's no liar. Kein Lügerraum. It's such a tragic tale, Richard, don't you think? Ask your father, Ashley. Ask him, who killed your mother? Dad. Do you know who killed Mom? Ashley. What's the matter? He needs to lie down. Is this the side effect, Richard warned about? If so, you couldn't have come at a better time. Bill, what did you do to my dad? You need to help him. I could help him. I could help him. But on one condition. What? Use another on Richard. To do what? Memories are rushing to the surface. It's overwhelming his mind. You can stop his pain, by taking control of his memories. Oh. Okay. Dad. Warte nur ein bisschen, Papa. Du wirst dich bald besser fühlen. Ich verspreche's. Also, den nächsten Part. Also, weil es sind ja irgendwie zwei Teile oder so. Der hat das Original aufgepäppelt. Den nehme ich auf. Also, es ist mir leid, aber... Identifiziere Nutzer. Nutzer erfolgreich identifiziert. Name Ashley Mizuki Robbins. 25.02.1991 geboren. Well done, Ashley. Danke. Okay. I've set the dash and started up another. Access his memories from 1994. Irgendwas sagen wir, dass ich da nicht draufdrücken sollte. Doch, lösche's! Es ist falsch, lösche's! Testperson Richard Robbins. 1921, fort von Seattle. Dann machen sie aus. Oh, Vadå! Was hat hier? Ja! Was hat hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist alles, dann. Wait! Dad! Dad? What happened? Ashley, tell me what happened. Bill said that if I wanted to help you, I needed to boot up another. And that I needed to look at your memories of the night Mom died. What? Did... Did you kill Mom? No, I... Dad? Dad? I would never hurt Sayoko. It simply... isn't possible. Dad! The data transfer has started. It looks like another's security systems were bypassed. Did he use another two? Ashley, I need you to do something for me. Look at my memories again. I suspect that Bill has altered them. What? Use another to play back my deepest memories. You should be able to do that with the DAS. Okay. But how? I equipped another with a few bonus features. They're accessible only by using the DAS. I never told Bill about them. They were designed to protect another from those who would use it for harm. These features in the DAS can protect another? Sindvoll. That's right. And I only trusted one person to keep the DAS safe. You, Ashley. And you alone. Jetzt schleim nicht. Dad. Use that to play back my true memories in another. This is the truth. What really happened the night Sayoko died. Psycho? Das riecht rippling. Ah! Ach. Hypochonder, ey. What the? Wie füge ich da neuen Funktionen hinzu? Hm. 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 Entschuldigung. Ich muss das in another einsetzen. Ich werde meinen Papa retten. Ja, das hatte ich versucht. Ach so, jetzt muss ich es auswählen, oder was? Okay, jetzt muss ich es... Auswählen. Kann ich... Wie? Es kann hier nicht benutzt werden. Hä? Hä? Daddy? Ich kann nicht. Dad! Wie mache ich das? Du, Ashley, du bist der Schlüssel. Hä? What the? Dad? All right. Ich benutze das, das. Äh, Entschuldigung, ich bin verwirrt. Äh, Entschuldigung, ich bin verwirrt. Ich lösche mal kurz das Foto. Kann ich nicht benutzen? Äh, 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 äh. Ich bin der Schlüssel. Schlüssel! Foto! Kombinieren. Nicht du. Schlüssel mit das. Hä? Auch wenn ich hier die Hilfe anklicke. Jetzt kann ich die Hilfe nicht mehr anklicken. Ja, hier, jetzt bedien... Hä? What the? Ja, jetzt soll ich das machen. Hä? Kann hier nicht benutzt werden. Nee? Nee? Ich bin der Schlüssel. Nee? Da muss ich hin. Nee? Am Gerät von... Ich hab keine Ahnung. Hier ist gar nichts. Also... Ich kann... Also, wenn du das meintest... Also, das hab ich ja versucht. Also, das geht nicht. Ich bin der Schlüssel. Hä? 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 Ich raskle euch aus. Gerne irgendwas. Ja, das hab ich ja am Anfang schon versucht gehabt. Also, das... Ähm... What the? Wie füge ich neue... Weiß ich nicht! Selfie machen. Selfie machen. Gute Idee. Wir machen Selfie. Kamera wechseln. Jetzt geht... Ey, kein Mensch wär da drauf gekommen. Tani, gib zu. Es war ne Trollsache, oder? Nutzer Ashley Mizuki Robbins erkannt. Biometrische Daten bestätigt. Zusatzfunktion jetzt verfügbar. Ich bin froh, dass ich mir eine Selfie nehmen kann. Ja, und warum... Ich glaube nämlich, wenn du gedacht hättest, dass das stimmt, hättest du es niemals reingeschrieben. Funktion reparieren freigeschaltet. All right. Es hat geklappt. Ich hab die neue Funktion freigeschaltet. Ja, war auch nur... Also, absolute Meta-Ebene, die mein Hirn... Also, in Chat teleportieren musste. Typische Panik-Serie mach ich auch immer. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Schlaf gut, Missy. Dad? Dad, are you okay? Yeah, I'm okay. I, I, when I, when I came home, your mom was, she was already. I know, Dad. I saw it in another, what really happened the night mom died. Mom was shot protecting me and another. You came home to find her like that. The last thing she said, as you held her in your arms, was to keep me safe. It's okay now, Dad. We know the truth. You didn't kill her. Oh, Ashley. Dad, it's okay. We are okay. My memories, they're back. I feel like I finally earned the right to hug you. Dad. Dad. Held nicht mal das Gewicht seiner Tochter aus. Ashley. I'm so glad. So glad I trusted you like Jessica asked me to. But now, Bill has the research you and Mom were trying to protect. What do we do? Another could wind up in anyone's hands. Ashley. Richard, please protect the another. Don't worry. I won't let another fall into the wrong hands. Dad? Can I borrow the das? Those are my pee-pee. Oh, uh, sure. Okay. Okay. Bill won't get away with this. I'll keep another safe. It's just as you said, Sayoko. I should have locked it away. That should do it. This is what you wanted, right? Okay. 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 Yo. Yo. Yo.